Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu Conan Exiles. Ich habe mich zu der Bau begeben, hintransportiert und musste hier schon vor Beginn der Aufnahme ein paar Schellen verteilen. Und ich glaube tatsächlich... Nee, die kenne ich schon, oder? Sind das nicht so diese Reptilienmenschen? Schauen wir mal eben. Ich gehe mal hin, stelle mich vor. Was hat der für mich? What? Hygienenfell? So ein Ding will ich auch haben. Wie ist das hier? Und ja, dieses Video nehme ich auf, bevor das vorige veröffentlicht worden ist. Weshalb ich mir vorstellen kann, dass einige von euch geschrieben haben, dass das jetzt doch ein bisschen zu leicht ist und so. Ey, mag sein. Das ist am Ende des Tages eine Geschmackssache und... Mir macht das so einfach mehr Spaß, als dann irgendwie frustig dazustehen und zu sagen... Ja, aber dafür ist es eine Herausforderung. Also ganz sicher, manche Sachen können ruhig eine Herausforderung sein, aber für mich ist das hier auch kein reines Kampfspiel, um ehrlich zu sein. Für mich ist das eher so eine Erkundung- und was ist in dieser Höhle zu finden-Spiel. Und jetzt habe ich schon wieder kein Zeug dabei. Das gibt es doch überhaupt nicht. Muss ich halt so irgendwie heilen. Und Kampf ist für mich immer so ein bisschen einfach im Weg, um Sachen zu erkunden oder Ressourcen zu sammeln und so weiter. Ob das jetzt hier die perfekte Einstellung ist, weil ihr seht ja, es ist ja doch recht leicht, kann ich nicht genau sagen, aber... Also wie gesagt, mir geht es darum nicht. Das ist für mich kein Dark Souls. Ich sehe das auch nicht so als, jeder Kampf ist eine Challenge oder so, sondern... Für mich ist dieses Spiel viel mehr, als einfach nur... Als einfach nur, ähm... Schlachter alle ab. Stein-Nasen-Ei für 10 Goldmünsen. Okay. Hyänenfell-Umhang. Werd ich sehr gern, aber... Ist jetzt auch Quatsch irgendwie. So, auch die Rinde muss ich nicht tragen, das ist zu schwer. Auch die Tierhaut nicht. Und auch diese paar Steine hier nicht. Für ein lange Zeit, ich dringelte zwischen Worlds. Ich traurte das Leben, das ich nie habe, das ich nie hיח, ich nicht wusste, die ich nie h treatments, aber in einem von meinen Räumen, ich habe das Antwort gefunden. But I must return to the city, and I dare not do that alone. I don't know where they found me. It was rough people dressed in the skins of hyenas. They carried me back to their camp, somewhere north of the city, and left me sleeping on a pile of furs by one of their tents. I don't think they expected me to wake up. I've been watching them while pretending to sleep. There is something very strange going on. Their body language is wrong. I grew up on the streets of Azgalun, and I could read the body of a haggling merchant before I could walk. But these people, they remind me of the mangy kurs that used to wander the streets, begging for scraps. They stand too close. They sniff at one another. When one of them shouts, the others cair. I need to get out of here. They are gathering in the old arena among the ruins, howling like hyenas. They are performing so much. The man is the blood-soath hyenas. I dare not waste this chance. I must slip away. I will go west and find Jakkods people. I'm going to need their help. Eisen on the floor. Eisen on the floor. Eisen on the floor. Okay, yeah. I find it always a little bit difficult. You see quite quickly things, if you don't know. Diese ganzen Sachen, die man erlernen kann und so. Ich finde, die stehen da immer so ein bisschen unscheinbar. Aber ich halte mal die Augen ein bisschen offen. Komm mal her. Ich halte mal die Augen. Ich halte mal die Augen. Vielleicht aus dem Ön. Ich halte mal die Augen. Ich halte mein Tein. Ich halte mal die Augen. Ich halte dich. Ich halte mich. Ich halte mich. Das ist ein bisschen. Ich halte mich. Oh, Holz. Ja, gut, das brauche ich nur wirklich nicht. Und auch das nicht. So, dann gehen wir mal... Ja, was haben wir denn sonst noch? Hier ist doch bestimmt irgendwas. Die haben doch da gerade getanzt. Vielleicht geht es da sogar rein. Kann ich tanzen? Gib mal. Gib mal tanzen. Befehls-Menü. Schwimmen, tauchen, klettern. Kommunikation vielleicht. Emotes-Menü. Aha. Belly Dance. Schade. Das wäre es jetzt gewesen. Gibt es hier was für mich? Das öffnet sich dann vielleicht. Ja, ist doch gut. Da oben ist noch einer. Ach, da oben. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Wippern und Terror! Ihr habt nichts mehr zu tun? Ich habe keine Angst. Na, mach. Ey, Leute. Das gibt's doch gar nicht. Ei, ei, ei. Was ist das denn hier? Oh, sehr schön. 250 davon. Okay. Ach, Atemtrank heißt das Zeug. Ja, ja. Ja, 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 ja. Weiß ich jetzt. Ich wollte aber dennoch mal... ...minigstens ein paar Verbände bauen. Du wirst niemals in deinen Bau zurückkehren. Ist hier jemand, der mit mir redet? Nee, oder? Genau. Bandagier dich mal kurz. Wer ist er denn? Bin ich jetzt aufgenommen, oder was? Mögenlich nicht. Ja, ist doch gut. Oh, ich hab keine Schuhe mehr. Kann ich die reparieren? Fell, ja, genau. Oder was? Oh, komm, komm, komm. Oh, hier ist ja richtig was los. Da drüben sind noch mal zwei. Ist das das andere? Ja. Hier gibt's bestimmt was zu lernen. Oh nein, nicht die Typen. Na, mit das mal. Jetzt schon wieder überlastet, aber... Schwefel nehme ich natürlich immer sehr gerne mit. Ich muss noch mal eben schauen, ob ich hier... ...Stoffbeutel. Das kann auf jeden Fall raus. Haben wir hier was zum Lernen? Jetzt stehen da ja schon wieder neue. Was... Das ist wirklich so merkwürdig. Hier haben wir was. Brauspezialist 1. Okay. Nehme ich. Hier gibt es nichts, ja. Die sind alle wieder da. Das ist so... Das ist so eine merkwürdige Funktion irgendwie. Dass das der Standardwert dafür ist. Nur weil ich hier rumlaufe. Absolut merkwürdig. Aber naja. Wie soll ich denn hier eigentlich wieder runterkommen? Ach da. Die sind alle wieder da. Ich finde das so komisch. Ich... Wollte ich alles nicht. Die Schuhe vielleicht. Aber naja. Das geht bestimmt auch gerade mal ohne. Okay. Komm. 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 Was haben wir denn hier? Das nehme ich mal kurz. In jedem Fall Handschuhe. 24. 40er. Was ist denn eigentlich mein Pferd? Das liegt da, oder? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht das Prinzip. Es ist mir nicht gefolgt. Und geflohen ist es aber auch nicht. Das ist mir echt irgendwie ein Rätsel. Ist das normal, dass die so oft respawn hier und so? Das ist doch... Da stimmt doch was nicht, oder? Also irgendwas ist doch da... Das kann doch nicht richtig sein. Das kann doch nicht im Sinne der Entwickler sein, dass sie sagen, ja... Alle drei Minuten respawnen alle. Egal wo du bist. Irgendwas ist doch da komisch. Gut, ohne Pferd. Das kann aber mal rüber. Und das? Ach, und Eisen. Ah, hier. Für dich. Und das. Diese ganzen Dinger hier. Das und das. Und das. So. Dann, ja, diese... Dinger hier. Ach, Fell war das. Warte mal. Habe ich aber da... Ist das hier nicht Fell? Doch. Zack. Das kann schon mal zurück. Habe ich nicht noch irgendwas Fellmäßiges? Nope. Nope. Ausrüsten. So. Dann gibt's doch bestimmt ein bisschen was zu essen. Das kann rüber. Das kann rüber. Diese ganzen Suppen und so. Alles weg. Geben. Alles geben. Ablegen. Info. Neben dem Zauberbuch ist der Reagenz... Reagenzienbeutel, der wohl wichtigste Besitz des Zauberers. Nee, zaubern... Muss jetzt nicht sein. So, meine Hyäne könnte jetzt aber mal langsam fertig sein, oder was? Gleich. Und glücklicherweise habe ich hier noch ein Pferd. In der Produktion. Eisenachst. Stahlaxt. Können die Eisenachst ja auf jeden Fall rüber. Waifo. Diese Grundsubstanz. Machen wir mal eben so. Dann die Eisenverstärkung kann rüber geformt. Das Holz kann rüber. Ziegel. Ja, das ist doch ganz gut so. Was fehlt denn sonst noch? Was habe ich hier denn sonst noch rumzulungern? Samen. Zack. Zack. Sehr gut. Ich glaube, so viel Fleisch muss ich nicht dabei haben. Auch die Beeren brauche ich nicht. Und auch diese Fackel da. Ich kann nicht die auseinanderbauen, tatsächlich. Und diese ganzen Seiten mit diesen Magiersprüchen und so, das ist doch auch irgendwie... Die Reißzähne kann auch hier rein. Zack. Zack. So, sie arbeitet hier fleißig. Immer noch bei den Eisenbaren, Stahlbaren, Ziegel, gehärteter Ziegel. Genau, ich habe hier diesen gehärteten Stein reingesetzt. Na, lass ihn mal machen. Lass ihn mal machen. Warte mal, hier haben wir gereinigtes Wasser. Und hier können wir was essen. Sehr schön. So, das hätten wir. Gewicht 46. Genau, den Sattel, den kann ich ja erstmal hier reinhauen. Und die Stahl-Axt im Grunde auch. Also, ich habe hier diese Obsidian-Axt. Wobei ich ehrlich gesagt... Ich mache es mal so. Bin da nicht so sicher. Ich muss sagen, ich gehe da hin. Jetzt ist es zwar Nacht, aber die vergeht ja... ...mehr oder weniger schnell. Was ist denn mit ihm? Oh doch, hier. Ah, Feinde. Das auf jeden Fall. Was ist da oben? Na, wen höre ich hier? Da. Was ist das? Ist natürlich die Frage, wie ich da jetzt raufkomme. Ich könnte ein bisschen klettern, aber ich glaube, das ist ein bisschen zu hoch für Klettern da vielleicht. Ja, bei einigen Feinden, ich finde es ein bisschen schade, dass dieses Regulieren der Stärke oder was die Feinde aushalten, auf alle gleichermaßen übertragen wird. Also ich habe den Eindruck, so schwere Feinde, die könnten ruhig ein bisschen, also große Feinde könnten ruhig ein bisschen schwerer sein. Und Menschen, das ist eher das, was ich so lästig finde, dass die so viel aushalten. Weil wenn ich so Menschen mit einer Axt an den Kopf haue, dann hält der nicht so viel aus. Aber auch die Hexenkönigin zum Beispiel und so, das dürfte ruhig ein bisschen schwerer sein. Aber die Relation, das ist ein bisschen schwierig einzustellen. Aber das hier, das finde ich super, dass das so zack, zack geht. Aber ist natürlich ein bisschen ärgerlich, wenn dann da so die Riesenfeinde kommen und die halten dann halt zehn Schläge aus oder so. Auch hier. Wenn ihr da die Lösung habt, wie man das ein bisschen einstellen kann, dass die, die auch so Totenschädel haben und so ein bisschen schwieriger sind. Aber ich glaube fast, man kann da nicht unterscheiden. Da nochmal eben schauen, aber die, bei Kampf, da haben wir das, also ich mache 1,5 Schaden. Da kann ich ja vielleicht mal auf 1,4 erlittener Spieler schaden. Ja, keine Ahnung. Multipliziert den Schaden, den NPCs und Monster verursachen. Das ist ja... Die sind ja die NPCs und Monster erleiden. Vielleicht geht es hier ein bisschen weniger. Ach, ich mache Schaden und den Schaden, den die erleiden. Respawn-Multiplikator hier, den habe ich schon runtergedreht. Aber ich finde es halt immer noch. Gebäude und so, das ist nicht relevant. Aber ich glaube, man kann nicht unterscheiden. Ich glaube, das ist alles einfach nur Feind ist Feind. Ob der jetzt ein Boss ist oder nicht. Na ja, jetzt mal schauen. Ein bisschen reguliert. Gucken, ob ich es an dem hier schon merke. Warte mal, ich baue dich ab. Das finde ich jetzt schon wieder ein bisschen... Das dauert doch zu lange hier. Weil ich den Typen so auch noch nie gesehen habe. Und verstehe mich da nicht falsch. Mir geht es hier nicht darum, dass ich sage, das ist zu herausfordernd. Weil herausfordernd ist es nicht. Aber es ist einfach zu langwierig. Ich weiß nicht... Schaut mal, wie häufig ich den treffen muss. Also versteht ihr, was ich meine? Das ist irgendwie so... Ja, okay. Triff ihn noch 50 Mal. Okay. Das dauert eindeutig zu lange. Was hat er denn? Oh, der hat aber ordentlich Zeug dabei. Nicht ewig auch. Stein kann grundsätzlich erstmal raus. Ich muss keinen Stein mitnehmen. Schauen wir mal, wie es jetzt bei den Menschenfeinden ist. Aber... Warte mal, war ich da schon ganz richtig? Ja, ich glaube schon. Das scheint ja wirklich eine ganz feine Einstellung zu sein. Da 0, irgendwas. Aber leider nicht von Feind zu Feind unterschiedlich einstellbar. Das wäre fantastisch. Wenn man sagen könnte, alle menschlichen NPCs 2, 3 Schläge. Alles, was Wesen ist, 15, 20. Keine Ahnung. Je nachdem. Viele Barren, die inzwischen droppen. Das ist echt krass. Gibt es hier etwas zu lernen? Zeigt es mir. Nicht sowas. Na, dann wollen wir mal. Okie-Pokey-Mate. Okie-Pokey-Mate. Wen hatten wir denn jetzt noch? Oh, wie viele hier sind. Mö. Oh, wie viele sind. Wer schießt denn da noch? Ach, da drüben. Komm mal her. Jetzt. Boah, ist hier ordentlich was los, ey. Muss mal kurz ein bisschen looten. Zumindest, wenn die so Barren dabei haben. Lustig, die Vorstellung, dass einfach jeder von denen so ein paar Eisenbarren in der Tasche hat. Für nichts. Hauptmann Iwo Shuba, kann ich den... Ja, der hat nichts Gutes dabei. Auch nicht. Schauen wir das mal. Schade. Was ist denn mit Hokey Pokey? Da steht er ja. Sag doch was. Hier geht's noch richtig rein. Oh Gott. Hallo? Oh, wie viele? Was geht denn hier ab? Oh Gott! Ich muss mich mal eben heilen, ey, das ist ja... Ah, ich seh's. Wie erfrischend. Etwas zu essen und die Gesellschaft von Männern und Frauen, die mir gefallen. Wer hat denn hier gerade geschrien? Ach, der da oben. Ey, wie riesig ist das denn hier bitte? Sind ja noch mehr, aber da ist eine Truhe. Da ist noch eine Truhe. Da geht's jetzt sogar noch weiter rein. Ne, da geht's wahrscheinlich einfach nur raus, aber ich bleib erstmal hier und schau mich ein bisschen um noch. Zack. Hab ich noch ein bisschen Platz, ja. Ja, wobei Kohle und so, das ist jetzt auch nicht so super selten. Ich hab davon auch noch was. Ich will halt nicht dann wieder Inventar-Management machen, wenn ich irgendwie Zeug mitnehme, was ich überhaupt nicht brauche und die Kisten im Lager werden immer voller mit irgendeinem Gewürz, was ich aktuell noch nicht gebrauchen kann, einfach weil ich's nicht weiß. Da, 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 da. Ganz ruhig. Oh, erstmal die hier. Das sind die Schlimmsten. Oh, was ist das hier? Sehr gut. Gebt mal ein bisschen Zeug, Leute. Der Papa muss sein Haus ausbauen. Gute Aussicht hier ist. Na. Was ist das? Gibt da einer Flöte oder was? Ah. Falsche Taste. Ah, wer bist du denn? Ha, kommst du da nicht weg? Das ist ja natürlich blöd. Der kommt da echt nicht weg, ne? Ich kann den nicht treffen, solange der da so nah an dieser Kante ist. Die Gefahr zu hoch. Ah ja, er spawnt da einfach mal so rein. Nein. Nein. Oh, wie gut das aussieht hier. So ein komisches Deko-Zelt. Da haben wir was. As ordered, we tracked the deserters into the southern desert. We found old Colby here, hidden in the shelter of a rocky outcrop, muttering... Put your weapons up! ...but the others, there were no sign. I asked Colby to tell me what happened, and I got this wild tale, which I have written down. We weren't deserting. We was off hunting for treasure. Jacobi had it in his mind that them bloody ruins, the one that the bracelet calls the observatory, was full of treasures. Jacobi got me and the boys to follow along, and he took us to the cliff with a length of stout rope, and I began to go climbing. Well, the Ascent was steep and dangerous, on account of us doing it during the night time, to avoid them cannibals, it's hot as the area. But we picked a nice clear night with a full moon. Das verstehe ich nicht, wieso kann ich denn keine Emotes verwenden in meinem aktuellen Status, was heißt das denn? Hey, I didn't like them ruins from the moment we got there. Just a pile of black brooding stone moonlit, no treasure in sight. Jacobi starts poking around, looking for the treasure and all, and he uncovers one of them glowing tablets. That voice, you know the one, starts talking about constellations. Jetzt sind die ja schon wieder, also, so langsam macht das echt keinen Spaß. Die stehen alle wieder da. Ich check das nicht. Was ist denn dieses Spielprinzip? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht, aber so macht das wirklich keinen Spaß. Also, das ist ja... Das ist ja Far Cry 2 Niveau. Straßensperre geklärt, fährst 100 Meter weiter, fährst zurück, sind alle wieder da. Verstehe ich nicht. Er soll weggehen. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Lies der immer noch vor, eigentlich? Ah ne, jetzt ist er für dich. Ja, also, das mit dem Respawn, das muss ich dann auf 0,1 oder 0 setzen oder so. Also, das ist ja... Also... Verstehe ich nicht. Leute, es ist doch gut, jetzt hau doch ab. Ach, der bringt nur Stein an Kohle. Na gut. Und seine Schwester hier. Auch nur Stein, das kann auf jeden Fall raus. Leute, ich muss doch mal eben gucken, dieses Respawn, das macht mich wahnsinnig. Überleben, Handwerk, bauen. Multipliziert die Geschwindigkeiten der NPCs nach ihrem Tod in die Welt zurückkehren. Ja, äh... Kann ich da nicht sagen. Das ist ja... Schon alles irgendwie komisch. So, wo bin ich denn jetzt? Eingang des Hankers, bin ich da schon mal gewesen? Ach doch, das... Hallo? Ich würde sagen, ich, äh... ...lieg einmal kurz zurück, damit ich das ganze Zeug abladen kann. Muss ja auch irgendwann mal mein Haus ein bisschen ausbauen. Habe ich nicht... Ach, so ein bisschen nur. Na gut. Das kann auch hier rüber. Holz. Zack. Was fehlt? Nichts, ne? Oh, tausend Steinen. Nicht verkehrt. Bitteschön. Bitteschön. Ähm... Das und das. Rosche. Crystal... ...schwafel ist hier. Was ist das hier? Silberstein. Was für die Herstellung effizienter Waffen zu weich ist, dient Silber vor allem als Währung und wird für Verzierung oder poliertes Spiegel verwendet. Dieser Klumpen Erz kann eingeschmolzen werden, um daraus Waffen zu schmieden. Ach, das reicht schon für einen Silberbarren, oder was? Tatsache. 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 Goldstein. Goldstein. Goldbarren. Aber ich habe keine Einwände. So, das Zeug. Das Zeug. Glas. Glas. Bisher auch noch nicht benötigt. Diese Grundsubstanz... Ah, hier. Damit kann ich ja ein bisschen was basteln, oder nicht? Konzentriertes Aloe-Extrakt und Aloe. Dann werde ich mal ein bisschen auf die Aloe-Jagd gehen. Eigentlich müsste doch auch einer von beiden da fertig sein, oder nicht? Von meinen neuen Sklaven. Wie habe ich denn jetzt hier? 234. 234. 234. 235. 245. Zack. 245. 265. 265. Gut, schon stimmen. Genau, hier habe ich ja Stahl... Stahlwerkzeuge, oder nicht? Sternenmetall, was ist das denn? Sternenmetallbarren. Sternenmetall, Sternen, Sternen... Stahlsichel. 22 Stahlbarren und geformtes Holz. Habe ich hier Stahl drin? Stahl. Geformtes Holz. Ich weiß nicht, ob sie hier schon fertig war mit Stahl. Ah, ja, jede Menge. Zack, zack. Stahlsichel herstellen. Sternenmetall habe ich nicht. Stahlpickel, was habe ich hier auch? Stahl-Hackmesser. Stahl-Abhäutemesser. Eisen. Was können wir herstellen? Spitzhacke. Wie, wofür ist denn die Spitzhacke? Kombination aus Axt und Pickel zur Bearbeitung von Gestein und Holz. Acht. Ist die Spitzhacke besser? Gehärteter Stahlpickel. Gehärteter Stahlbarren. Gute Frage. Stahlsichel, Stahl-Abhäutemesser. Spitzhacke. Das heißt, damit kann ich Stein und auch Bäume bearbeiten, was natürlich gut wäre. Dann könnte ich die Axt raushauen und einen Stahlpickel. Erstmal so. Das wäre natürlich fantastisch. Aber die Frage ist, ob das überhaupt stimmt. Holz, Rinde und Harz. Oh, fantastisch. Und Stein. Haben wir hier ein Stück Stein für mich? Da. Ja, 1A. Was haben wir hiermit? 22 Pflanzenfaser. Ja, das ist doch ganz gut. So, was ist denn hier? Wieso dauert das denn? Ah, gleich haben wir es. Aber gleich müssten wir auch die Hyäne haben eigentlich, wenn die da nicht schon ist. Ein bisschen Holz rüber. Rinde weg. Das kann jetzt rüber. Das kann weg. Das kann weg. Ah, fantastisch. Machen wir mal so. Brenndauer 14 Minuten. Okay, da kann ich gleich noch was nachlegen. Stein. Stahlfeuer. Diese komischen... Diese Beutel hier. Ciao. Das kann rüber. Was haben wir denn hier noch? Das kann rüber. Was haben wir denn hier noch? Das Ganze, was ist das hier? Wund, Sekret und Öl. Ist das nicht hier mit drin? Sehr gut. So, jetzt haben wir es doch langsam. Jetzt habe ich hier die Silberbarren. Die brauche ich, glaube ich, gar nicht hier. Können wir mal hier reinhauen. Genau. Aloe-Trunk. Okay. Reparieren, Reparieren, Reparieren. Das haben wir gerade erst repariert. So, das kann er wieder aufsetzen. So, nämlich. Jetzt ist die Frage, ach, Eisenverstärkung sollte ich vielleicht mal... ...weiter basteln. 41. Damit Attribute. Machen wir mal so. ...kühlkiste. Machen wir das mal. Ha! Da haben wir ihn doch. Mein Freund. Wie geht es dir? Bogenschütze 3. Brauche ich dir ein bisschen bessere Rüstung. Ähm, was habe ich denn? Was ist denn... Nichts so richtig. Das kann ich ihm geben. Ist das identisch? Oberschenkelschutz? Hüftschutz. Ja. Das Schwert und das... Das vielleicht? Oder nicht? Mach das nicht. Guck mal hier, mein Freund. Mensch. Ach, das ist da oben. Tschau. So, macht das Sinn? Was zu essen brauchst du ja auch noch. Ha, 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 ha. Top Typ. Eisenbarren. Das kann doch alles weg hier, oder nicht? Der Quatsch und das und das. Tschau, tschau. Tschau, tschau, tschau. Es wird alles... Was gibt es dafür? Immerhin, nicht schlecht. Ja, okay. Kann ich was mit anfangen? So, dann kommt das hier einmal zurück. 63 Pfeile. So, Leute. Langsam wird es doch. Langsam wird es doch. Würde ich sagen, baue ich in der nächsten Folge mal ein bisschen weiter meine Hütte hier aus, dass da nochmal eine Etage raufkommt oder so. Und dann hoffe ich, dass die Hygiene fertig sein wird. Und ich drehe nochmal ein bisschen an diesen Einstellungen da rum. Mir ist das... Mir ist das noch so ein bisschen zu schwammig alles. Also, manche Sachen sind zu leicht. Bei den Menschen stört es mich nicht so. Aber wie gesagt, bei den anderen... Ja, da muss ich mal schauen, ob ich da irgendwie ein bisschen... Ein bisschen feiner tunen kann, dass das alles ein bisschen besser wird. Weil ansonsten... Ist es halt einfach so ein bisschen witzlos. Dann kann ich auch einfach vor allen wegrennen. Da muss ich den genauen Mittelpunkt finden oder so. Vielleicht wisst ihr ja, ob man da die Einstellung ändern kann für nichtmenschliche Feinde, dass die schwer bleiben oder mehr oder weniger schwer oder so. Aber jetzt auch nicht so wie dieses Steinvieh da, wo ich 50 Mal raufhauen muss. Das ist einfach irgendwie so ein bisschen... Ich weiß nicht, aber ist vielleicht auch eine Geschmackssache, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bitte immer gerne her mit Tipps und so weiter. Bis dahin. Ciao.